Hi, hier ist Kamal von TechStage und wir sind gerade hier auf der Sony-Pressekonferenz im Rahmen der IFA 2016. Neben dem Xperia XZ hat das Unternehmen auch heute ein zweites Smartphone vorgestellt. Das Xperia X Compact. Und was das alles kann, das schauen wir uns jetzt an. Bleibt dran! Sony bringt wieder ein Compact-Smartphone auf den Markt. Wie der Name bereits ersagt, verfügt das Smartphone über eine besonders kompakte Größe. Gut für all jene, die eher auf klein und handelig stehen, aber trotzdem etwas Modernes wollen. In der Vergangenheit war das Compact-Modell bei Sony genauso gut ausgestattet wie das parallel geführte Flaggschiff. Dieses Mal ist es ein wenig anders. Deshalb heißt es auch Xperia X Compact und nicht Xperia XZ Compact. Die Basis des Smartphones ist also das sechs Monate alte Xperia X und nicht das heute ebenfalls vorgestellte Xperia XZ. Nichtsdestotrotz, eines der vom Hersteller genannten Highlights des Telefons soll die Kamera sein. 23 Megapixel, Laser-Autofokus und ein dedizierter Sensor für den idealen Weißabgleich. So sollen großartige und reale Farben zugleich entstehen. Außerdem soll das Smartphone einen wahnsinnig schnellen Autofokus beherrschen, der seine Arbeit innerhalb von 0,6 Sekunden erledigen soll. Vorne sitzt eine 5 Megapixel Kamera mit einem Weitwinkelobjektiv. Das Smartphone besteht größtenteils aus Kunststoff, trotzdem ist die Fertigung hochwertig gemacht. Im Vergleich zu dem High-End-Modell, dem Xperia XZ, ist das hier nicht wasser- und staubdicht. Mit 135 Gramm liegt das Xperia X Compact gut und sicher in der Hand, das Display hat eine Diagonale von 4,6 Zoll und löst mit mehr als ausreichender 720p-Auflösung auf. Ansonsten ist das Xperia X Compact durchaus gut ausgestattet. Stereolautsprecher auf der vorderen Seite, Qualcomm Snapdragon 650 Hexacore-Prozessor, 3 GB RAM und 32 GB Speicher mit Speichererweiterung. Der Akku hat eine Kapazität von 2700 mAh und wird über USB Typ C aufgeladen, allerdings mit USB 2.0. Eine Schnellleitung ist zwar möglich, das entsprechende Ladekabel wird aber nicht im Lieferfang mitgegeben, sondern muss einzeln gekauft werden. Das mit Android OS 6.0 Marshmallow ausgestattete Xperia X Compact wird Anfang September in drei verschiedenen Farben auf den Markt kommen und eine UVP von 449 Euro haben. Unser erster Eindruck, eine schöne und alternative Größe. Mit 9,5 mm Bautiefe ist das Smartphone allerdings etwas zu dick.